Kathi Hommels befindet sich derzeit mit ihrem Sohn Ludwig in Miami. Auch Ehemann Mats soll laut Kathis Instagram-Account schon bald in das angemietete Apartment folgen. Stehen hier nach den Liebesgerüchten um Mats und andere Frauen etwa alle Zeichen auf Versöhnung? Immer wieder demonstriert die 34-Jährige auf ihren Bildern im Netz öffentlich Zusammenhalt mit dem Profikicker. Doch die neuesten Bilder der Influencerin schocken ihre Fans. Kathi zeigt sich darauf im knappen Bikini am Strand von Miami. Unter den Fotos häufen sich die Kommentare der besorgten Fans. Du hast ja Falten an den Po-Backen von diesem Schlanksein-Wahnsinn. Oder? Will dir nicht zu nahe treten, mag dich, aber etwas mehr Essen würde dir gut stehen. Tatsächlich zeigt Kathi, dass sie kaum ein Gramm Fett am Körper hat. Einige Follower verteidigen Kathi jedoch und schreiben, gegen übergewichtige Menschen darf man nicht sagen, aber gegen schlanke schon, ganz schlimme Doppelmoral. Setzen Kathi die Schlagzeilen rund um ihre Ehe doch mehr zu, als sie nach außen zeigt? Das war's für ein Isnrest-Doppelmoral. Wie geht es? Wie geht es? Wir sind dabei schon ein paar Schlagzeilen. So wird es durchaus noch ganz chuckles schön. Das коли wir gehen.